einen wunderschönen guten morgen willkommen zum wettkampftag wir haben viertel fünf in schweinfurt sagt man viertel fünf da wo ich herkomme vier uhr 15 viertel nach vier bitte rein wie das bei euch heißt die mikrowelle läuft mein erstes essen wartet darauf schnabuli zu werden dann gerade über die form geschaut ich habe gut geschlafen ich war ein paar mal pipi und ja heute ist es soweit ich habe viel geträumt und er wünsche ich jetzt schon mal viel spaß mit den eindrücken und impressionen der andere classic ok 2022 zeitsprung kurz vor 9 uhr und zwar seht ihr ich sehe schon ein bisschen fresher aus die haare habe ich geglättet dafür brauche ich meistens ungefähr mindestens 40 minuten und deswegen habe ich das jetzt früh erledigt manchmal mache ich das auch lieber schon am abend wenn ich jetzt zum beispiel die show vormittag habe und nicht erst um 14 uhr dann mache ich das am abend weil ihr kennt meine haare wenn die nicht geglättet sind dann sehe ich aus wie so ein kleiner pudel jetzt gibt es eine banane noch mal eine portion reis bisschen nüsse und ja die vorfreude steigt die sonne geht auf und ja so in circa spätestens eineinhalb stunden gibt es dann zum hotel und beim hotel gibt es dann das make up und dann ist eigentlich schon alles geschafft morgen früh geht schon wieder zurück und gleich mal schauen dass wir den online check in machen ich glaube das ist die kürzeste kürzeste wettkampfreise die wir bis jetzt hatten wir dürfen jetzt los zum make up da ist noch ein paar reiswaffeln und dann hoffen dass alles zeitlich klappt hallo laufen jetzt durch das hotel zur halle und ich krieg noch mein tanning ich bin super wie mit meinem make up und von der zeit her sind wir auch voll voll im rahmen also wir haben noch ungefähr 20 minuten bis ich zum tanning dort sein darf vielleicht kann ich auch ein bisschen früher da sein bis zum mal bis zum mal Bis zum nächsten Mal. 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 Einen schönen guten Morgen. Wir brechen gleich auf. Ich bin schon wach und mache alles ready und packe alles. Ich habe auch soweit schon alles eingepackt. Bei mir ist es immer ein bisschen wuselig von links nach rechts, von oben nach unten. Ich habe da kein System. Wir waren um ca. 1 Uhr im Bett. Ich habe natürlich noch die Farbe kurz abgewaschen, noch einen kurzen Keks gesnackt und bin dann direkt ab zum Daniel ins Bett gefallen. Ich werde jetzt auch noch mal schnell Wasser ins Gesicht klatschen, einen Tee trinken, vielleicht ein kleines Schlückchen Kaffee und dann düsen wir los zum Flughafen. Der ist hier gleich um die Ecke. Ich habe euch noch gar keine Roomtour gegeben hier. Deswegen würde ich euch noch mal kurz hier durch das kleine Haus führen und dann definitiv noch kurz zeigen, was wir ergattert haben. Und zwar war das hier unsere kleine süße Küche. Kleiner Esstisch. Wir hatten hier unten ein kleines Bad. Da hinten war ein kleiner Garten, den schon lange keiner mehr war. Hier packe ich gerade, das war ein Schlafzimmer, also ein Wohnzimmer mit zwei Schlafsofas. Hier kann ich euch zeigen. Moment. Ich glaube, ich habe es hier zu unserem Mittwochen, ist die Arnold Classics UK vierte Platzmedaille. Sieht aus wie ein kleines, wie ein kleines Lenkrad. Die Klinge ist auch wieder sicher verpackt. Und hier ist noch die Karte, die wir bekommen haben. That's it. Wir haben leider kein T-Shirt oder irgendwas bekommen, wo wir mitnehmen können. Und ich hätte gerne noch ein paar Kahl mitgenommen. Aber wie gesagt, steckt man nicht drinnen. Ich habe auch das Ganze ehrlich gesagt gar nicht realisiert. Keine Ahnung. Das kann man jetzt so sehen oder so sehen oder traurig sehen oder sagen, hey, aber ich bin noch dahin gefahren, weil so und so und so. Ich bin ja schon für den Olympia qualifiziert. Jetzt sind Mädels vor einem gewesen, die es noch nicht sind. Das ist ein Sport, in dem jeder Tag oder jeder Wettkampf anders sein kann. Und bei jedem Line-Up, bei jedem Wettkampfgericht, bei jeder Show, ob Europa oder sonst was, man muss immer wieder kommen und sein Bestes zeigen. Und wenn man gewinnen soll, dann wird man auch gewinnen und wenn man gut genug ist, dann wird man das Ganze auch gewinnen oder dementsprechend platziert werden. Und in dem Leistungssport auf dem Niveau sind die Top 5, Top 6 sind einfach immer super. Und da ist es manchmal vielleicht subjektiv, wie man durchwechselt. Und da bringt es auch nichts, wenn dann andere oder so sagen, hey, aber ich hätte dich besser gesehen. Und für mich wärst du weiter vorne gewesen. Für mich persönlich, ganz ehrlich, ich bin gerade aktuell neutral zu dieser Wertung, weil das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Wichtig ist, dass ich für den Olympia qualifiziert bin. Diese Show ist anders. Diese Wertung dort ist anders. Die Bedingungen sind anders. Das kann man nie mit Shows vergleichen. Es spielt in Wettkampfsport zum einen Tagesform von den Judges, Geschmack, Politik immer ein bisschen rein. Und die, die die gewonnen hat, das ist einfach das Beste gewesen gestern. Alles weitere ist dann auch wirklich Geschmackssache, beziehungsweise der Fokus von dem Kampfrichter, auf was er Wert legt, zum Beispiel. Wenn er jetzt sagt, hey, Schultern, Rücken, Linie von der Erstplatzierten entspricht eher dem oder das war seinem Geschmack her mehr Figur-like, dann ist es halt so. Beim Olympia ist das alles wieder ein bisschen anders. Ja, soviel dazu. Ich bin relativ neutral. Ich war super happy für die Erfahrung. Haben wir da viel dazu gelernt. Auch von der Art und Weise, wie Shows ticken, wie die Leute ticken. Also auch die, die werten oder entscheiden ticken. Ich habe auch zum Beispiel Emilio Martinez, der selbst Shows in Spanien und Alicante macht, Feedback bekommen. Er zum Beispiel hätte mich weiter vorne gesehen. Das ist auch sehr interessant von anderen Kampfrichtern, die nicht mitgewertet haben, die sich aber auch auf der Olympia-Stage auskennen oder von dem, was Figurklasse sehen möchte, jahrelang schon da in der Szene dabei sind. Feedback zu bekommen oder eine Meinung zu bekommen, das ist auch sehr, sehr viel wert. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind super happy mit dem, was sie tun. Wir werden genauso weitermachen. Wir nutzen jetzt jede Woche dafür, uns ja mental und körperlich zu 120% auf den Olympia zu konzentrieren. Und das ist das, was zählt. So, jetzt habe ich die Luft angehalten beim Reden. Ich packe jetzt fertig. Wir düsen jetzt zurück nach Hause. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr diese Reise unterstützt habt. Vielen Dank, dass ihr bis gestern Nacht so fleißig mit dem Code Arnold geshoppt habt. Simon hat dezent einiges zu tun gehabt im Laden. Freut euch auf alles, was noch von ZNT von uns kommen wird. Pump Booster, EAS, weitere Sorten, Magnesium, Kurkuma, hochwertiges Extrakt, Magnesium als Citrat. Ganz viel, ganz viel, was so in den Startlöchern steht. Nächstes Jahr auch einiges geplant, coole Projekte. Wir sind noch ganz klein und wollen zusammen mit euch das Ganze wachsen lassen. Und aufziehen und einen Teil von unserem Wissen und von unserer Leidenschaft an euch weitergeben. Ich wünsche euch einen guten Morgen, wünscht uns einen guten Flug. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar da, Daumen nach oben, wenn ihr euch die Reise gefallen habt. Gerne ein Feedback zu der Bühne, zu der Bühnenform. Wie fandet ihr das? Und ja, danke fürs Zuschauen.